Heyo Penguin und damit herzlich willkommen zurück zu diesem neuen 1.20 Skywars Video. Ja, dieses Video wurde wieder live auf Twitch mit Joker aufgenommen. Ich habe vor, aus dem Stream so drei Videos zu machen. Mal gucken, wie viele noch kommen. Das ist auf jeden Fall das erste. Es werden auf jeden Fall noch mehr kommen und viel Spaß mit dem Video. So, jetzt wäre es schon krass, wenn wir wieder so einen Start hinkriegen wie letztes Mal, ne? Also, falls wir verlieren, war es die Einspielrunde und wenn wir gewinnen, sind wir einfach gut. Wir sind immer gut. Snipe. Warte, warte, warte. Da ist gerade irgendwer runtergesprungen, ich habe es gerade ganz genau gesehen. Glaube ich. Ja gut, ne? Ich habe keine Blöcke mehr. Ja, der ist einfach... Ja. Nein, f*** dich, LA. Oh, der Arme. Ist mir egal, der hat das nicht... Der... 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 Beklaut mich. Oder dich. Ich bin egal, der Arme. Willst du etwa, dass er dich beklaut oder wie? Joa. Okay. Boa, weißt du, was ich jetzt gleich mache? Deine Hose auszieht. Joa. Nein. Wo ist ein Gegner da? Der hat keine Schuhe an. Was will er? Ich dachte, ich fett ziehen, aber er hat ein... K-Mate. Ja, der hat ein Totem. Der hat kein Shield, ist ja dumm. Der hat ein Totem. Kein Shield gegen mich ist nicht gut. Warum sind hier so viele Menschen auf einmal? Nein. Warum sind hier so viele Menschen? Ich bin tot. Hab einen. Nein. Egal. Ich habe jetzt eine Net-Ride-Hose. Ich nehme die jetzt alle auseinander. War Dings Einspielrunde. Nein, nein. Wir gewinnen die. Pass auf. Gucken wir zu? Ja. Einer ist im Web. Ich meine, du hast auf jeden Fall ein krasses Equipment. Oh mein Gott, diese Kombi. Hey, ich fett die. Hey, natürlich, du bist der Beste. Mach Wasser weg. Ich habe so viele Hit-Poschen. Ich hatte irgendwie fünf Stück. Er konnte sich saven. Mach Wasser weg. Hier, 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 hier. Ja. Nein, ich glaube, er kann sich saven, ja. Egal. Ist doch safe noch Hit-Poschen irgendwo. Hallo. Ah, hier, hier. Hinten am Baum, hinten am Baum. Ja. Nein, andere Richtung, andere Richtung. Andere Baum gesehen. Komm, zerfetzt ihn, zerfetzt ihn. Haha. Easy. Was für Einspielrunde, Digga. Wir brauchen keine Einspielrunde. Digga, du hast vier Kills. Vier Kills, easy. Juhu. Oh mein Gott, oh mein Gott. Wie gern ich den haben möchte, ne? Oh, Digga. Oh mein Gott, hast du Switcher, Digga. Ich habe gerade so den Schneeball noch gesehen. Digga, ich habe es gesehen. Auf einmal dieser gegen den Block. Hier, da kommt zu der einen Insel, wo wir uns hinbauen. Ja, ich habe fast keine Blöcke mehr. Ich habe keine Blöcke mehr. So. Darf man den Job? Ich habe Schild gedient. Ach. Ich spring hinterher. Ich habe keine Blöcke, ich komme hier nicht weg, ne? Ah, ich habe Blöcke. Ich werde tot. Nein, nicht schon wieder. Nicht wie ich gestern. Nein. Juhu. Ich habe gehört, wir gewinnen die Runde. Ja, habe ich auch irgendwo gehört. Stand in den Nachrichten. Ey, kannst du nicht warten? Ich habe einen 788-Soup nehmen. Ah, ich verpiss mich wieder. Alles gut. Enderpärle, ich verpiss mich wieder. Ist das dein Scheißernst? Ja, jetzt bin ich auch da. Hallo? Warst du irgendwas? Ich habe bei Enderpären weniger, aber ich habe eine Netherite-Axt. Ja, ich habe immer noch eine EP. Ich habe Netherite-Soup. Guck, dann nehmen wir die jetzt auseinander. Ja, komm mit. Ja, okay. Komm rein, Dayala. Der ist in Netherite-Hose. Okay, ist krass in dem Game. Aber ist alleine. Ich habe dich geschlagen. Der Angriff ist alleine aus. Aua, 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 Aua. Er fetzt uns, ne? Ja. Ich habe drei HP. Oha. Wir müssen uns ein bisschen abwechseln mit Hitten. Ja. Wir sind beide nämlich fast tot. Oh, der Acht-Tritt hat weh. Das war der letzte. Du hast einen Kill gemacht, wir haben gewonnen. Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass das schon der letzte ist, ne? Nee, aber der war krass, ne? Der war ziemlich gut. Flashback. Ich habe gehört, wir gewinnen die Runde. Ja, habe ich auch irgendwo gehört. Stand in den Nachrichten. End of Flashback. Hi. Mach ich dich. Oh, boom. Ey, das war gerade so geil, ne, Digga, der? Ja. Das war so schön. Guck mal, mein Fett bitte. Habe ich gesehen. Toll, ne? Ich glaube, ich sterbe an dem. Nein, nein. Erstmal dick, deine Hose. Oh mein Gott, der hat nur Eisen. Auf ihn mit Gebrüll. Dafür muss ich ihn halt hitten, ne? Oh, der Typ, nein, 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 der ist von gerade. Der hat diesmal ein Teammate. Scheiße. Oh mein Gott, wie lebe ich noch? Hä, Digga, wie hat der? Wie lebe ich noch? Ich habe keine Blöcke. Nein. Digga, was für... Ich habe keine Kiste gefunden. Ich bin tot. Nein, ich bleib mit dir. Ich fühle mich alleine so nutzlos. Ich habe auch keine Axt, aber ich auch. Nein, genau dann... Digga, hier ist nichts drin in den Kisten. Ah, ich habe nicht getroffen. Ich habe mein Ziel Wasser nicht getrunken. Tut mir leid. Das ist das Nächste. Damage mal ein bisschen. Kommst du mit hier hoch? Ich habe das Gefühl, das sind die Sweater in der Runde. Oh, oh, ja, sind die. Oh Gott, nee, lass lieber weg. Schieß ab, schieß ab, schieß ab. Ich habe keine Pfeile mehr. Ich habe, ich habe, ich habe. Auf der anderen Seite der Mitte hin. Ah, die holen ihn sogar für uns. Ah, nett. Oha. Ich nehme einen Nafel, der ist drin. Ah, die kommen, die kommen, die kommen. Ja. Hab einen. Gap kurz. Sein Toten ist vorher gebrakt. Ich habe ihn gewonnen. Digga, das war so dumm von denen. Oh, mein Gott, Digga. Oh, nee, das ist der Schwitzer. Komm, wir besiegen den. Wir müssen nur dran glauben. Ja, ja, ich habe meine Hotkeys vergessen. Ah, warte, hier sind noch welche. Ich habe sie gedribbelt. Gita, weg. Oha, warte. Ja, ich mag die Spiele nicht mehr. Stupid. Oh, warte, ich entstand meine Axt. Die. Doch nicht. Die Stresst, Digga. Ich bin nicht erfahren genug dafür. Digga, der Oh-Oh, der Arme. Ich gehe weiter auf den. Ich bin dein Team-Ate oder doch mal. Oder der Random, der hier ist halt. Der ist fast tot. Digga, wie viele Gaps hat der Typ? Achtung, da kommt ein zweiter. Achtung, Achtung, Achtung. Bin eine Sekunde da. Ich mache es kurz weg. Ja, mach, 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 mach. Oh mein Gott, ich habe fast verkackt und ich bin fast gestorben. Ich kill die beide einfach. Ich muss ganz so ziehen, die kommen beide, sorry. Ich bin auf dem Weg. Oha. Doch nicht, er hat Ninja besaved. Der eine ist weggerannt. Können hier 2 be 1. Digga, was für ein geiler Fight, Digga. Achtung, hinter dir. Er hat sich gesaved. Ich bin fast tot. Da saugt ihr beide Ninja, glaube ich. Ja, haben die auch. Oh, ich habe den einen, glaube ich, wirklich diesmal. Oh mein Gott. Hab den einen. Ich glaube, der Ninja-Ding ist noch auf cool, da in so 5 Sekunden. Ja, ich glaube, es reicht nicht mehr. Ja, der läuft, glaube ich, wieder. Ja, egal. Na, der läuft jetzt da in die anderen. Ja, lass kurz chillen, oder? Oh, das war ein geiler Fight. Ja, ich habe meine Axt in Chantet, jetzt gewinnen wir, komm. Let's go. Lass mal hier so ein bisschen, lass den links holen. Ne, wir, ich staub mal. Ich komme so knapp nicht dran. Ja, der biegt ab. Wo bist du, wo bist du? Komm, wo gerade ein Mies mit dem Schwert weg. Hey, du hättest keine Chance. Literally, ich habe noch einen Crit jede 15 Sekunden. Ich, ich save dir. Ich habe meine Durability vom Schwert, oh oh. Dicker, ist der Kacke. Kann ich nicht sagen. Oh mein Gott. Hey, wir sind voll krass. Dicker. Oh mein Gott. Komm, wir gewinnen das. Da oben, über uns. Knock du ihn runter, okay? Pass auf. Der fliegt sofort runter, lauf unten mit, okay? Oder bist du? Ich, ich lauf unten mit. Der ist gut hier oben. Äh, ich, nein, äh, äh. Ah, aua. Okay, die, die EP hat's bei ihm gebracht, ne? Hast du die EP gesehen? Nee. Der wird dann safe über uns drüber springen. Der ist bei mir auf dem Dach. Oh, ich glaube, er ist tot. Nein. Wobei, doch, doch. Er konnte sich nicht saveen. Hast du meine Lava grad weggemacht? Oh, das war deine. Ich dachte, das war schon ein Gegner. Hey, der, 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 der. Digga. Digga. Warte, warte. Ah, okay. Mann, ich wollte jetzt TNT auf ihn droppen. Oh mein Gott. Ist das geil. Hey, wie ist er gut? du hast vier games ich hab keinen es geht los und ich bin alleine kommt zurück kommt zurück ja ja ich bin direkt da die anderen kommen wir sind jetzt im sandwich nein nein wir sandwichen die gegner einfach okay scheiße ich renne weg ich hab auch kein schwert mein gut diese lava du hast mich und die gegner gekillt damit gefühlt ich hab kein schwert das ist nicht so flug das ein bisschen hierbleiben ich bin an feitschaden gestorben einer kommt einer kommt von oben von oben der ist tot ich habe ihn gekillt sogar pass auf die gas legt ein kopf hätte nur eins scheiße ich habe nur noch acht blöcke egal man kann nicht alles gewinnen genau